ich gehe gleich noch mal schnell einkaufen brauchst du noch irgendwas für die vorbereitung der party nächstes wochenende ja ja gerne zahnstocher brauchen wir unbedingt die sind nicht gesund ich bringe dir mal interdentalbürsten mit von mir aus auch das aber erklärt bitte du den gästen warum da interdentalbürsten in käse wovon steckt man